Auge in Auge mit der Furcht Wir alle haben Angst, manche mehr, manche weniger, und dennoch sind Ängste ein ständiger Begleiter von uns Menschen. Sie lähmen uns nicht nur, sondern erfüllen vor allem eine wichtige Aufgabe in unserem Leben. Sie warnen uns vor drohender Gefahr. Entscheidend ist einmal mehr die Dosis, die auch hier die gesamte Bandbreite zwischen Heilmittel und Gift bespielt. Ängste sind irrational, sehr persönlich und in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Kaum jemand hängt es mit Freude an die große Glocke, dass er panische Angst vor dem Alleinsein, einer Krankheit oder dem Sprechen vor großen Menschenansammlungen hat. Ein wenig Furcht kann lebensrettend sein. Zu viel davon kann uns das Leben schwer bis unerträglich machen. Die Kunst besteht darin, unsere Ängste zu beherrschen und nicht uns von ihnen beherrschen zu lassen. Wie immer liegt der erste Schritt in die richtige Richtung bei der Selbsterkenntnis. Nach dem Motto, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, können wir unseren geheimen Ängsten immer einen Schritt voraus sein. Schau dir das Bild an. Welches Detail davon fällt dir zuerst ins Auge? Je nachdem, wie deine Antwort ausfällt, liefert sie dir Anhaltspunkte dafür, wovor du dich ängstigst. Nummer 1 Sie stehen für einen inneren Konflikt, den es dringend zu lösen gilt. Hast du beide Bäume zeitgleich erkannt, befindest du dich in einem Zustand der inneren Zerrissenheit. Du solltest Entscheidungen treffen und dich für eine Seite aussprechen. Doch das ist manchmal leichter gesagt als getan. Wenn dein Leben dir Widersprüche und unklare Verhältnisse liefert, musst du die Kontrolle darüber zurückgewinnen. Solange die Dinge in der Schwebe sind, wirst du keinen echten Seelenfrieden finden können. Nummer 2 Die Erdbeere In ihrem Fall ist weniger das Symbol an sich von Bedeutung als deine Position in der Bildmitte. Die süße Frucht bildet exakt das Herzstück dieser Darstellung, was uns schon einen Hinweis auf seine Botschaft liefert. Deine Ängste haben mit Gefühlen zu tun, vor allem mit der Liebe. Auch bei ihr kann ein zu viel oder ein zu wenig gleichermaßen schlecht für uns sein. Vielleicht hast du in der Vergangenheit einmal zu oft dein Herz verschenkt, oder es wurde dir gebrochen und an den Folgen leidest du noch heute? Angst vor der Liebe ist leider weit verbreitet. Das schönste Gefühl der Welt kann sich zu einer echten Achterbahn der Emotionen entwickeln, die es uns irgendwann unmöglich macht, uns mit ihr wohlzufühlen. Erst die richtigen Personen werden es irgendwann schaffen, uns wieder das Vertrauen in die Liebe zurückzugeben. Bis dahin werden wir unser Herz mit einem undurchdringlichen Panzer schützen und unsere Angst wird ständiger Begleiter an unserer Seite sein. Nummer 3 Der Teddybär Er repräsentiert ein Stück Kindheit und vor allem seine tröstende Funktion, die er oder ein anderes Stofftier damals für uns hatte. Du sehnst dich im Moment vielleicht nach einer starken Schulter zum Anlehnen und verspürst zeitgleich die Angst davor, dass du dich den Herausforderungen in deinem Leben für immer allein stellen musst. Es kann sein, dass du zurzeit keine Partnerin oder keinen Partner hast, die dich unterstützen könnten. Noch schlimmer allerdings kann es sich anfühlen, wenn theoretisch jemand vorhanden wäre, der uns aber in unserer Not allein und im Regen stehen lässt. In diesem Fall ängstigt dich die Frage, ob es nicht besser wäre, hier endlich eine Entscheidung zu treffen, anstatt immer wieder enttäuscht zu werden. Nummer 4 Zugegeben, das Insekt mit den Krabbelbeinen, das sich über dem Kopf des ahnungslosen Mädchens abseilt, würden wohl die meisten Menschen als abstoßend empfinden. Trotzdem ist es interessant, dass ausgerechnet dieses Detail deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Angst vor Spinnen selbst ist sehr weit verbreitet. Arachnophobie kennt die Wissenschaft schon sehr lange, auch zahlreiche Therapieansätze wurden im Kampf gegen diese ausgeprägte Angst schon entwickelt. Doch die Spinne hat natürlich auch Symbolcharakter. Möglicherweise fühlst du dich in deinem Umfeld nicht sicher. Deine Umgebung gibt dir nicht den Rückhalt und die Geborgenheit, die du dir wünschst. Vielleicht kannst du die Bedrohung gar nicht erklären, sondern fühlen oder erahnen. Doch jeder deiner Tage birgt Unsicherheiten in dich und das Gefühl, dass dies nicht der Platz für dich ist. Nummer 5 Das Mädchen Das friedlich am Boden sitzende Mädchen steht für unser inneres Kind. Es begleitet uns bekanntlich ein Leben lang auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn du dieses Detail als erstes auf dem Bild entdeckt hast, gibt es möglicherweise ungeklärte Dinge aus deiner Kindheit, die dir immer noch Unwohlsein bereiten. Die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Von einem echten Trauma, das du verdrängt hast, bis hin zu einem lieblosen Elternhaus oder schweren Verlusten, mit denen du schon sehr früh im Leben fertig werden musstest. Das Mädchen steht aber auch für die Angst davor, verletzt zu werden. Wie eine Kinderseele auch sind wir ein Leben lang dem Angriff durch Menschen ausgesetzt, die es nicht gut mit uns meinen. Wer sich jedoch zu sehr davor fürchtet, das Nähe zum emotionalen Bumerang mutieren könnte, wird sich umgekehrt schon sehr bald allein auf weiter Flur wiederfinden. Unser inneres Kind sollten wir daher nicht ignorieren. Wir sollten es an die Hand nehmen, ihm Anerkennung zollen, dass es uns so treu zur Seite steht und uns immer dann ermahnt, wenn wir unsere sensible und verletzliche Seite ungeschützt den potenziellen Gefahren des Alltags aussetzen. Nummer 6 Der Schmetterling Das schöne Insekt, das sich von der wenig ansehnlichen Raupe zu einem wunderschönen Falter entpuppt, steht für Entwicklung und Fortschritt. Allerdings kann uns der Schmetterling auch an verpasste Gelegenheiten erinnern, denen wir immer noch nachtrauen. Wenn Du ihn auf diesem Bild zuerst entdeckt hast, bestehen Deine Ängste möglicherweise darin, das Leben in all seiner Fülle zu verpassen. Du kannst Dich nicht immer gleich entscheiden oder denkst vielleicht, dass Du Dich in der Vergangenheit anders entscheiden hättest sollen. Du möchtest das Maximum für Dich aus Deinem Dasein herausholen und fürchtest, dass Dir das bei all den Chancen und Optionen, die wir Menschen in der Gegenwart präsentiert bekommen, kaum möglich sein wird. Vielleicht denkst Du jetzt schon, dass es bereits zu Versäumnissen gekommen ist, die nicht mehr gut zu machen sind. Doch keine Sorge, die Dinge, die für uns bestimmt sind, können wir nicht verpassen oder verhindern. Unser heutiges Fazit Mach Deine Ängste zu Deinen Verbündeten Gemäß dem alten Sprichwort Wenn Du sie nicht besiegen kannst, mach sie Dir zum Freund, sollten wir auch mit unseren Ängsten verfahren, vorausgesetzt natürlich, dass sie noch kein lähmendes Ausmaß angenommen haben. Angst kann ein schlechter Ratgeber sein, aber immerhin versorgt sie uns mit Informationen und weist in Momenten der Gefahr auf diese hin. Sie kann uns, wenn wir ihr Gehör schenken, wertvolle Dienste leisten und uns die Schwachstellen in unserem Leben aufzeigen, an denen es noch zu arbeiten gilt. Wir dürfen unsere Angsten niemals gewinnen lassen, aber gelegentlich auf sie zu hören, kann lebensrettend sein. Wenn Du Dich mit Menschen oder in bestimmten Situationen unwohl fühlst, rät Deine Angst Dir, hier nicht länger zu verweilen. Ein Leben in Unsicherheit und Furcht ist die reine Vergeudung von kostbarer Lebenszeit. Wenn Dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest Du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest Du in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis bald!